1989 fiel die Berliner Mauer. Die Symbole des realen Kommunismus wurden von ihren Socken gezerrt. So berichtete der 67-jährige Mario Comenzoli in einem seiner Gemälde über das Ende der Ideologien. Derselbe Comenzoli, der in den 60er Jahren mit traurigem Nachdruck, den der eine oder andere mit politischem Einsatz verwechselt hatte, über das Epos der Armen in der Schweiz berichtet hatte, über das Leben der Emigranten aus dem Süden. In Wirklichkeit ist Comenzoli jedoch nie ein Politiker gewesen, auch wenn er gelegentlich in den Gewerkschaftszeitungen gerne erbauliche Szenen illustrierte, die mit dem 1. Mai zu tun hatten. Er hatte an den Aufstand des Jahres 68 geglaubt, aber sich dann wieder davon entfernt. Dieselben Slogans können nicht bis ins Unendliche wiederholt werden, so Comenzoli. Er glaubte zwar an die aus dem Humanismus entstandenen Prinzipien der Solidarität. Während des Frauenstreiks von 1991 hatte er für die Gleichberechtigung von Mann und Frau Manifeste gezeichnet, aber seine Weltansicht war von Dogmen und Mythen losgebunden. Sein Geist war künstlerisch anarchisch, in stetem Kampf mit denjenigen, die ihn in ein System einbinden wollten. Die Figuren in seiner malerischen Erzählung waren nackt, ausgegrenzt. Squatters und Punks, die versuchten die Mauer der Ideologien zu überwinden, die auf der Suche nach neuen Horizonten waren, wobei sie die Symbole des realen Sozialismus als nutzlosen Müll hinter sich liessen. Diese pathetischen Figuren hat Comenzoli zuerst als Hoffnungsbringer geschildert, später als von der Geschichte und Institutionen zurückgestossene Personen in einem Klima des letzten Ufers.